hey hohe liebe und herzlich willkommen zu einer neuen folge die sims 4 wir gehen mal in unsere welt und heute ist definitiv corncrafter chaos und pixelwurf woche in der letzten woche haben wir ja mit stormwaffeln und paluten intensiv angefangen zu spielen und das wenn wir jetzt diese woche mit corncrafter pixel wolf und keros machen ich stelle mir jetzt mal fix den wecker in der zeit wo das hier läuft so es lädt natürlich erst mal wieder wie immer ein bisschen nervig und auch hier hört ihr jetzt zum ersten mal das neue mikrofon ich hoffe es hört sich um einiges besser an und ich hoffe ich habe es auch nicht zu laut eingestellt oder so so gucken wir doch mal ach ja genau die standen jetzt hier die müssen alle zur arbeit was ist mit denen los zur arbeit gehen was ist mit denen los so gut gucken wir mal dass wir die auch befördert kriegen fangen wir mal hier an mit luca leistung ist nicht gut der muss schach spielen auf jeden fall bis 17 uhr so bei der arbeit wir haben wir schon 17 17 jetzt aber zu spät war kommt er dann auch was später wieder wahrscheinlich dominik muss witze schreiben und pixel wolf muss 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 videospiele spielen gut schaffen auf jeden fall ich ruhe mir das mal vor denn er muss jetzt eigentlich wiederkommen direkt da ist er doch da sind doch alle wieder perfekt also du spielst jetzt direkt mal schach dass wir die tagesaufgaben hier gemacht kriegen keros kocht man ründchen abendessen servieren mach mal einen gartensalat für alle in der zwischenzeit spielt er videospiele spielen so dass wir die alle auf jeden fall erstmal versorgt haben und die zuschauerin hat geschrieben ich würde gerne den namen von ihr vorlesen ich suche mal gerade das kommentar ihr habt jetzt zwei bildschirme dann geht das ein bisschen schneller wie sonst kommentare so weil da hatte jemand geschrieben ich habe mich ja immer darüber geärgert dass das essen so schnell ich bin schon vorbei gehuscht auf jeden fall wurde geschrieben ich habe mich ja immer darüber geärgert dass das essen so schnell wie heißt das hier dass das essen so schnell gammelig wird und dass die dann noch schnell essen sollten aber man kann das essen wohl im kühlschrank platzieren und dann hält sich das länger das wusste ich noch nicht danke auf jeden fall für den tipp da will ich auf jeden fall den namen noch mal zu einblenden bzw das kommentar das werde ich jetzt hier einblenden von der person vielen lieben dank dafür das werden wir auf jeden fall mal probieren weil hier steht noch gammliges zeug rum gut der ist auf jeden fall jetzt erstmal jetzt gucken wir mal wie weit der luka ist 25 prozent erledigt schmeckt wahrscheinlich scheiße ne ist okay ja gut dann esst erstmal müssen die zur arbeit in 15 stunden in 14 stunden auch in 15 stunden also alle wieder um die gleiche uhrzeit ungefähr so ihr müsst auf jeden fall gut gelaunt zur arbeit gehen kommen okay das räumen erstmal hier auf ein bisschen in der zeit wo die dann gleich fertig sind weil du nimmst dir dann auch ein gericht und du nimmst dir dann auch ein gericht so abgeschlossen dann kann man das nämlich auch abgeschlossen dann könnt ihr essen gehen ja okay das fleißig hier okay das muss nämlich noch witze schreiben machen wir doch dann auch mal fleißig daher so witze schreiben und luka stellt dann mal das essen in den kühlschrank weglegen wahrscheinlich versuch mir das mal ob das funktioniert ich hoffe es doch so nicht aufräumen dann räumst du das weg so aber nicht so so aber nicht so aber nicht jo dann gehen wir pipi machen also er hat es auf jeden fall jetzt ins ins in den kühlschrank gelegt dann können wir darauf noch mal zugreifen später hoffe ich zumindestens öffnen dann wahrscheinlich ne okay sehr gut was macht pixel wurf denn da ist einfach am spielen sozial wenn er sozial gingst ist soll er doch einfach mal jemanden anrufen er hat aber keine freunde zum anrufen und nein im internet surfen surfen am internet dann kannst du ein bisschen chatten wahrscheinlich dann geht sozial nee geht sogar runter oder dann sprecht ihr halt mal miteinander mein gott gibt's doch nicht süßes oder saures damit die sozialleiste mal ein bisschen hoch geht hier von den boys jetzt wächst er sich noch die hände er ist so gut ja sozial beschwere dich mal über deine probleme wenn die so unwohl ist mehr auswahrung unfug dann schocker reinlegen oh gott jetzt kommt's ha 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 dem süßigkeiten geschenk süßes mehr auswahl lustig witz ah guck mal dieses süßes und saures das macht die ganz schön glücklich kack für schon an stehen wir reden franichinichi geheimnis ausflaudern ruft er den noch so zu sich schnack um arm oh nee ich glaube dafür kräftig einheizen keras ist da hinten seine witze am erzählen am schreiben Das ist voll am Abgehen, ey. Okay, dann geht's jetzt wieder recht gut. Okay, das wird müde. Müde, müde, müde. Aber er hat seine Tagesaufgabe bestimmt abgeschlossen, ne? Abgeschlossen, ja. Er muss zur Arbeit in 10 Stunden. Das heißt, okay, das geht jetzt nicht. Ich weiß leider nicht, bei wem welches Zimmer war, deswegen... Komm, jetzt gehen wir mal schlafen hier. Ah, der ist noch gar nicht müde. Etwas von außen herstellen. Geerzeit kaufen. Mit jemand von Interessen schwärmen. Er ist sich da am Kaputt-Freund. Schade, dass man nicht sehen kann, was er schreibt. Das ist auch sehr lustig. Er meint ja irgendwas mit Interessen, ne? Interessen, 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 mehr Auswahl. Freundlich. Da geht jetzt schlafen. Okay, das sollte... Boah, meine Stimme schon wieder. Okay, das sollte auch mal weggehen jetzt. Und wir gucken jetzt mal. Hier ist eigentlich alles aufgeräumt. Kann man hier noch irgendwie was putzen? Ne. Dann lies jetzt einfach mal noch ein Buch. Lesen. Angel sie dir. Justin liest jetzt einfach mal ein Buch. Dicken Schinken. Weil er ist ja noch nicht müde. Und er muss auch als spätes dazu arbeiten. Deswegen kann er ruhig dann noch ein bisschen Buch lesen. Ja. Ich muss gerade sagen, jetzt hat er genug gelesen. Weil er das Buch schon zugeklappt hatte. Muss auf jeden Fall noch mal Pipi. Ah, er wäre auch mit Buch auf Toilette gegangen. So. Dann schlafen. Es schlafen nämlich alle. Oh, die Bilder. Oh, heia heia alle. Das arbeitet in zwei Stunden. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier machen. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Perfekt. Guck mal, das hat sich noch gehalten tatsächlich. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Oh, da muss aber einer auf Toilette nennen. Geh erstmal auf Toilette, sonst machst du den hier in die Kuschel nachher. Muss in einer Stunde. Ja, wie er läuft. Luca ist auf jeden Fall gut gelaunt. Es könnte gut passen, dass er hier mal endlich in den grünen Bereich der Leistungen kommt. Der Leistungen. Der Leistungen natürlich. Okay, das ist da ein bisschen, ja, nicht so begeistert, sage ich jetzt mal. Okay, jetzt wenigstens mal was essen in Ruhe. Ich hoffe, für Justin ist jetzt auch nochmal was da. Ja, perfekt. Vier Tage hält sich das. Boah, das hält sich ja übelst lang im Kühlschrank. Danke auf jeden Fall nochmal für den Tipp. Richtig geil. Weil ich habe ja immer wegen dem Geld geguckt, ne? Weil, dass es dann so schnell, ich sag jetzt mal, verdorben war. Da mussten die das essen, obwohl die gar keinen Hunger hatten. Das ist auf jeden Fall saucool. So, der kann eigentlich jetzt auch mal aufstehen. Was hat Luca jetzt noch für Probleme? Zeit für die Arbeit. Tschüss. Einmal zur Arbeit, bitte. Okay, das hat noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir den noch ein bisschen aufgeheitert hier. Wenn er jetzt mit Justin noch ein bisschen quatscht. Was da imitieren. So, der Spaß geht auf jeden Fall nochmal hoch. Das ist gut. Lustig. Witz. Sehr gut. So, jetzt hat er aufgegessen. Perfekt. Jetzt kann er direkt zur Arbeit gehen. Naja, der Spaß ist nicht ganz hoch, aber ich hoffe einfach, dass wir das noch auf die Reihe kriegen. Dass die hier irgendwie gut gefördert werden. Und dann war es das auch schon für heute. Okay, das ist auch auf Arbeit. Für Luca, die Arbeit geht erst in 47 Minuten los. Deswegen spuren wir jetzt mal, dass wir den auch noch zur Arbeit kriegen, bevor wir hier Schluss machen. Pinnwand voll. Und dann können wir zu 200 Nachrichten erscheinen. Habe ich da über 200 dran? Oh Gott. Wir hatten hier so viel Zeug dran geschrieben an meine Pinnwand. So, den schicken wir auf jeden Fall jetzt auch mal zur Arbeit. Aufräumen. Dass ihr auch hier sauber in die Bude zurückkommt. Und dann einmal zur Arbeit bitte. Oh, er wollte freiwillig sein Buch weiter... Oh, habt ihr das gesehen? Er wollte freiwillig sein Buch weiterlesen. Na gut, dann würde ich sagen, war es das aber auch schon mit einer kleinen, aber feinen Folge, die Sims 4. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht sogar ein Abo, damit ihr keine Folge mehr Sims verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.